Yo, my name is RBX, a.k.a. Albi-Mondamboka Fungo-Lama-Toi-Tango-Nazoya-Peti-Oyo-Ka Toleka Come on, ich komme aus Köln, bin 23 Jahre alt. Ich wollte das erste Mal ein Melt-Festival. Echt, ich bin wirklich aufgeregt so. Hey, DJ, DJ, DJ! RBX! Ich fühle mich echt gut. Ich bin nervös, aber ich hab Bock, weil das ist mein erstes Festival in Deutschland. Ich war in Amerika, ich war in Belgien, aber heute ist endlich Germany dran. Ich bin meiner ganzen Familie, meine ganzen Freunden. Und ich kann es kaum abwarten, die Energie, die Liebe, alles zu verteilen. You know what I'm saying? Ich schwippe auf vier verschiedene Sprachen. Einmal Lingala, Französisch, Deutsch und manchmal Englisch. Und ich versuch das als eine Sprache zu klingen. Verstehst du? Sodass man gar nicht mehr merkt, dass ich Sprachen-Switch mache. Aber mir ist es wichtig, dass ich, wenn ich vor dir stehe, dass ich mich ausdrücken kann und du es verstehst und du es mitnehmen kannst. Verstehst du? Das ist mir wichtig, denn es geht mehr als nur Musik. Es geht darum, was man erzählen möchte, was du mitnehmen kannst. Was du wissen, was ich meine? RBX steht für Kraft, Hoffnung, Energie. Deshalb mache ich Musik, um andere Leute zu motivieren. Musik Für die erste Mal! Manfestivate! Ja, komm! Ja! Musik Musik Ich war schon immer mein Leben lang Musik. Als ich drei war, habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und mein Dad hat mich immer mit in die Kirche genommen, weil er war selber Chorsänger. Ich habe mich durch ihn und viele andere Sachen inspirieren lassen. Ich war schon immer jemand, der vor sich her gesungen hat und getanzt hat. Und dadurch kam dann halt alles so. Ich verbringe viel mit meiner Familie. Ich möchte, dass jeder mit mir ist und wir beten auch, wir halten uns fest. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Manfestival. Er ist der erste Rapper in Deutschland, aus unserer Landwirtschaft, zu machen, zu machen Musik, die in dieser Industrie, in dieser Landwirtschaft, zu machen. Ich hab noch kein Licht für diesen Mann. Wenn ich dir sagen, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin.... Wir spielen! Okay, spielen wir hier. Musik Jedes Publikum ist anders und das ist immer wieder eine neue Überraschung, eine neue Herausforderung und du willst alle Menschen erreichen, die in dem Augenweg da sind. Du willst Liebe verteilen, Energie verteilen und du willst das Gefühl geben, dass du für die da bist, dass die nicht alleine sind. Das heißt, wir sind jung, wir gehen nicht weg. Mein Name ist RBX, seid gespannt. Do it!